In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie auf einfachste Art und Weise einen offenen Posten ausgleichen können. Begeben Sie sich hierzu bitte über den Menüpunkt Buchhaltung in die offene Postenverwaltung. Wählen Sie nun den auszugleichenden offenen Posten per Klick aus, sodass die entsprechende Zeile grün hinterlegt ist. Mit Klick auf Neue Zahlung gelangen Sie in den Dialog zum OP-Ausgleich. In dem sich nun öffnenden Fenster wird Ihnen zunächst der offene Betrag und die Rechnungssumme angezeigt, sowie die vereinbarten Zahlungskonditionen. Bitte geben Sie den Zahlbetrag brutto in das Feld Zahlbetrag ein. Wählen Sie unter Konto das Geldkonto aus, worüber der Ausgleich stattfinden soll, zum Beispiel Bank oder Kasse. Im Anschluss geben Sie bitte das Zahldatum sowie einen eventuellen Skontobetrag an. Stimmen die Daten überein, können Sie den OP mit OK ausgleichen. Im Anschluss verschwindet der offene Posten aus der OP-Liste.